Wir haben dich jetzt einfach kurzerhand verschoben, wir sind ja vorher auf dem Seltnerplatz vorne gewesen. Es hat aber doch zu fest gewinnt und jetzt sind wir einfach ins Kaffee gegangen. Und jetzt haben wir das Kaffee dann auch mal drauf eingetragen. Meine Mitarbeiter, die ich heute mit habe, sag noch schnell, was du heisst. Ivo. Wie noch mehr? Vogel. Der Ivo Vogel. Wir zwei sind jetzt so am Beobachten einer Wettersituation. Was siehst du, Ivo, wenn du uns schaust? Wind. Und was hat es noch? Valleja. Und etwas ist verschwunden, nämlich? Die Sonne. Genau. Es hat Wolken und Sonne im Tal. Im Moment ist die Sonne aber weg. Es kommt kein Wind und es sieht fast so ein bisschen zu uns, als ob die Wolken jetzt die Oberhand hätte. So bleiben sie dann bis hin und es geht auch morgen und übermorgen also weiter. Es gibt ein Mix von Sonne und Wolken im Tal, während es in den Bergen oben dir eher Regen gibt und das Schnee um 1500 Meter. Der Ivo und ich, ja, wir gehen so gemütlich wieder an die Station weiter und melden uns im Eis wieder. Das war's. Das war's. Das war's.